Willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Park Classic Game Collection, Part Nummer 5. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben im Raptoren-Gehege und wir gehen jetzt rein, also weiter rein, tiefer rein ins Raptoren-Innen-Einrichtung. Ich bin gespannt. Oh. Ah, okay, jetzt sind wir hier oben. Eben waren wir ja hier. Ne, wir waren eben auch hier. Hä, sind wir jetzt da rausgegangen? War der Exit? Hä? Hier war nix, hier war nur dieser Schaltkasten, der irgendwie jetzt, oder? Ne, da war der Schaltkasten. Ach ja, was ich ja auch mal machen wollte. Ah, nächste Folge. Dass das, äh, auf Deutsch ist. Ich weiß nicht, das geht, lämmig. Na gut. Fahr'n wir mal. Ach ja, ich weiß nicht, wir wollen tiefer. Hä? 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 Warum? Ich hab doch Nachtvision oder nicht. Äh, die... ...die... Ja, sonst gehen wir einfach mal tiefer. Mal gucken, was da jetzt so ist. Dann fahren wir mal ganz nach unten. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist das noch ein Dilophosaurus? Ach, kann man hier jetzt ins Gehege gucken? Oh, die Sonne kommt. Mal kurz ein bisschen die Rolle wegmachen. Soll das jetzt hier... Oh, da ist noch einer. Soll das jetzt hier, äh, vor unten das Gehege sein? Aha, aha, aha. Aha. Wie hat die Dilophosaurus? Uh. Weg. Aha. Ah, das war ja nix. Nein, das machen wir jetzt nicht. Hier ist auch nix. Hä, hab ich schon... die Karten weg. Hatte ich nicht alle Karten? Was ist das? Ach, hier ist n' Nacht... Ach, die Batterie war leer von der Nachtwischen. Oh, das ist n' Raptor. Na. Können wir das Leben auffüllen? Hä, hat mir nicht alle Karten? Und... Zack. Schauen wir uns einmal um. Wir wollen leben. Ja. Hier ist sonst auch nix. Deswegen gehen wir mal bis zur... ... anderen Seite. So. Okay, hier ist gar nix. So. Ja, jetzt... Komm. Jetzt hier n' Aufzug. Noch tiefer. Ist ja auf jeden Fall schon die Lofo. Ah, da läuft hier n' Raptor. Ah, kommt ihr zu mir? Das ist noch einer. Daneben. Zack, erwischt. Puh, geh mal lang. Ist hier so n' Irrgarten. Puh, geh mal lang. Hier ist nix. Hier ist nix. Na komm. Komm. Noch einer. Uff, hier geht's ja überall lang. Oh, das ist doch verarschen. Das ist doch verarschen. Oh, das ist doch einer von deren Folgen wieder. Oh. Hier ist nix. Hey, weiter. Robert Maldun's Kater mir gefunden. Was ist das? Das ist überall hier runtergegangen für Robert Maldun's Kater. Aber ich habe keine Ahnung. Hier waren wir ja eben. Ja, ja, hier waren wir. Gehen wir jetzt wieder zurück. Hier haben wir die Kugel wieder, ich werde das besser. Hm. Na dann. Ja, hier waren wir eben schon. Die waren wir noch nicht, sonst wäre doch kein Dilophosaurus gewesen. Ah, das ist ja nicht so gut. Und da war es nur so, damit wir ein Leben haben. Waren wir hier eben? Ah, jetzt wieder zig Möglichkeiten. Ich glaube, wir gehen gerade zurück. Nee, 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 da will ich aber nicht hin. Allein, wenn wir gerade die Saugergeräusche gehört haben, muss halt aber es sein. Jeder war da. Da ist das, wo wir reingekommen sind. Oder gibt es hier sonst gar nichts? Nö, das war nur so ein Raum für Leben. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Ahja, du guck. Huh. so ist auf jeden Fall gut, hier waren wir noch nicht aber hier ist auch wieder nix oder sind hier zwei Türen? doch, hier sind zwei Türen warum liegt hier so viel Leben? das muss man mal liegen wir drehen um uns nur das Leben hier so also egal wo wir hingehen scheint das soll der richtige Weg ach sind wir jetzt noch einmal so ne Schleife gegangen oder was? ganz toll zack nein, da bin ich rein noch tiefer moin wiedersehen ja das ist geil, hat einen breiteren Schussradius schon cool woher hieb die Muni sonst ja auch mal mit was ist das? ja warte, bevor wir den Aufzug nehmen, wir gehen ja noch in die andere Richtung ich will ja nix zurücklassen, wenn ich ungefähr weiß wie ich gehen muss hier war eben wo wir hinten die Lofosaurus weggemacht hatten guck, da ist ja noch einer ist das wieder nur für Leben oder was? ne, da geht's weiter ne, da geht's weiter ach gut, wie die doch so eigentlich gar nix machen, dass sie einfach nur kurz rumstehen und wacht, dass ich in Schuss weiterkomme aber sonst ist ja nix ne ja, dann können wir doch zurückziehen zum Aufzug ich hoffe, es geht jetzt nicht noch tiefer zu, trauen, tue ich denen alles Ah, ja. Halt. Da geht's auch noch wohin. Oh, erinnert sich das Mauerwerk? Ist das so ein Gitter? Was ist das? Sind hier Käfige? Ja, ich bin ja wieder da, oder? Alter, verdummt. Zack. Wie kann man den verfehlen? Zack. Ach, wo ist man denn jetzt gelandet? Da könnte halt noch einer. Ja, da läuft noch jemand her. Ja, das ist ein Schreck, ich pack's die Lego. Logo. Oh, ist auch kein Muni mehr. Das ist ein Schreck, ich pack'n Logo. Cool. Wollt. Ach, was sind wir hier zum Teufel? Fein, wo gehen wir hin? Halt. Halt. Jo, ist klar! Was hier an Raptoren rumlaufen? Oh, ich triff natürlich keinen! Was machen wir mit denen, ne? Hier darf steht auch noch was. Cool. Mein Mini ausgezeichnet. Aber mehr ist ja auch nicht, ne? Das ist doch nicht. Nee. Hier geht's ja auch nirgends so weiter, oder? Nö, hier ist Sackgasse. Hier zurück. Also, das war grad mal interessant. Also, ich versteh zwar nicht, wo ich hier genau sein soll. Ich geh rein. So, dann fahren wir halt wieder weg. Ja, jetzt geht's nur nach oben. Ach, hier kommen wir gar nicht, okay. Sind wir hier dann im Kontrollraum, oder wo sind wir? Sind wir wieder im Besucherzentrum? Nee, oder? Doch. Doch! Sind wir wieder im Besucherzentrum? Ja, hier ist ja auch nirgends mehr. Das ist doch das Besucherzentrum. Muni! Wie lange haben wir denn eigentlich schon auf? Ach, wir sind ja schon länger drüber. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Dann bis zum nächsten Mal und ciao! Ciao!